Während des Durchschwungs ist es sehr wichtig, dass man nicht zu neugierig wird und man muss auf den Ball schauen und nicht auf den Wagen, der vorbei hier in der Atlantik schwimmt. Okay? Jetzt kommt Wagen. Please, please, ihr müsst mir glauben, da kommt ein Wagen. Ach, mein Kameramann ist scheiße.